Schön dich zu sehen. Du warst jetzt wirklich lange nicht so irgendwas los. Die letzten Wochen waren ehrlich gesagt richtig zart. Jetzt habe ich Angst, dass ich das Studium gar nicht fertig machen kann. Man, das macht Druck. Magst du nachher vielleicht auf einen Kaffee gehen? Wenn du Zeit hast, dann wird mir das voll helfen. Ja, dafür muss Zeit sein.